Fragestellung der Patienten und Patientinnen heute in der Praxis ist ganz oft Thema Portionsmengen. Ich bin die Rose Fröhlich, helfe euch für die Ernährungsumstellung und bei den Portionsmengen wurde ich natürlich ganz häufig gefragt, was ist eine Portion Schokolade, was ist die richtige Menge, was ist die Menge für Kartoffel, Reis, Nudeln, was ist die Menge für eine Scheibe Brot, wie viel darf ich überhaupt essen, wie kann ich das miteinander gut kombinieren, was sind die richtigen Tellerportionen. Wer bei mir auf dem Kanal und den Kanälen schon unterwegs ist, sieht da schon das eine oder andere in verschiedensten Varianten. Häufig ist es so, dass wir Ernährungsportionsmengen kombinieren können. Ihr könnt euch dafür den Rose Fröhlich Fächer Ernährungsmaß besorgen. Den gibt es auch digital, wer es auf dem Handy haben will. Da habt ihr die verschiedenen Kategorien, verschiedenen Portionsmengen drin. Ihr könnt einfach auf YouTube nochmal gucken, da ist er auch zu sehen. Das heißt, ihr könnt selber die Vorder- und Rückseite nutzen, um euch selbst zu überprüfen. Ihr habt für alle Grundnahrungsmittel, wie gesagt, Schokolade ist kein Grundnahrungsmittel, aber auch die Frage ist endlich geklärt. Auch Streichwurst, Streichkäse, wie viel Milchprodukte. Das heißt, das Ernährungsmaß gibt euch Antworten endlich auf die Frage, was ist eine Portion pro Tag und pro Woche. Also folgt mir für mehr. Ihr wisst alle, wie es geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.